Das Interview haben wir am frühen Abend aufgezeichnet und jetzt geht es bei dir noch mal weiter, Christopher. Genau, der Verband der Automobilindustrie spricht sich für einen kompletten Ausstieg aus Benzin und Diesel aus, und zwar bis 2045. Zu diesem Zweck müssten die politischen Vorgaben strenger werden, fordert der Verband. Das klingt erstmal erstaunlich. Fragen wir nach bei Stephanie Barrett aus unserer Wirtschaftsredaktion. Ausgerechnet die Automobilindustrie fordert strengere Vorgaben beim Kraftstoff? Ja, der Verband der Autoindustrie VDA wirft hier mal ein Schlaglicht auf die fossilen Treibstoffe und macht Druck auf die Mineralölwirtschaft. Während die Automobilbranche nämlich mit dem Hochlauf von Elektroautos ihren Anteil an der Minderung von CO2 leiste, bewegt sich laut VDA bei Tankstellen und Kraftstoffherstellern noch viel zu wenig. Denn selbst wenn die Bundesregierung das erklärte Ziel von 15 Millionen E-Autos bis 2030 erreichen sollte, wären in Deutschland noch immer 40 Millionen Verbrennerautos auf der Straße unterwegs. Damit diese künftig klimaneutral unterwegs sind, wäre der Ausbau von CO2-neutralen Kraftstoffen wie E-Fuels und Biosprit nötig, und zwar in großen Mengen und bezahlbar. Aber funktioniert das denn mit dem Hochlauf von alternativen Treibstoffen so einfach? Ja, die Politik wird ohnehin mehr Anreize setzen müssen, denn die Erneuerbare-Energien-Richtlinie der EU, die Deutschland ja umsetzen muss, erfordert zusätzliche Maßnahmen bei der CO2-Minderung. Dazu könnten etwa Quoten für die Sprithersteller eingeführt werden. Auch steuerlich kann man alternative Treibstoffe fördern, damit sich Industrieanlagen für die Massenproduktion lohnen. Und wenn man davon ausgeht, dass erneuerbare Energien in Zukunft noch günstiger werden und klimaneutraler Sprit ja auch aus sonnenreichen Staaten importiert werden kann, dann hält der ADAC sogar einen Preis von unter zwei Euro pro Liter für machbar. Vielen Dank, Stephanie Barrett. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Ja, die Wetterlage, die schleift sich so ein bisschen ein und so kommt beständig warme bis heiße Luft zu uns. Sie sehen es hier, die 30 bis 35 Grad Marke, die schwappt regelrecht nach Deutschland. Allerdings kühlt es dann am Sonntag wieder ab. Wir blicken erstmal an die kommende Nacht und da gibt es ganz im Norden kompakte Wolken mit Regen. Der Wind dreht schon mal auf Südwest und ist schon kräftig hier Richtung Nordsee. Sonst aber deutlich ruhiger und nach Südwesten in Sternen klar. Bei tiefsten Temperaturen dort im einstelligen Bereich bis 8 Grad teilweise nur, also schon ziemlich kühl. Ansonsten 13 bis 14 Grad hier entlang der Küsten. Und morgen gibt es im Nordwesten da an kompakte Wolken, die hier aufziehen. Dazu Schauer oder auch mal längere Zeit Regen. Der Wind ist noch kräftiger, teilweise stürmisch aus Südwest. Ja, ansonsten aber nach Südwesten in viel Sonnenschein. Ja, und hier im Südwesten, da wird es bis 27 Grad warm Richtung Oberrhein. Oder hier Richtung Osten ebenfalls Richtung Sachsen, 27 Grad. Deutlich kühler mit 19 bis 20 Grad an der Nordsee. Der Blick auf die nächsten Tage, ganz im Norden am Freitag, dann weiterhin viele Wolken und Regen und kräftiger Wind aus Südwest. 31 Grad, dazu viel Sonne im Süden und es wird dann noch heißer. Am Samstag bis 34 Grad mit Gewittern. Und Sonntag von Nordwesten, Abkühlung und das mit kräftigen Schauern und Gewittern. Damit einen schönen Abend.